Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem neuen Impuls. Heute mit dem spannenden Thema Profit durch Altruismus. Corporate Volunteering unter der Lupe. Beginnen wir heute mit einem Zitat der weltbekannten Boxerlegende Muhammad Ali, das aufhorchen lässt. Service to others is the rent you pay for your room here on earth. Heute sprechen wir über ein Thema, das unter Garantie nicht nur Ihr Herz erwärmen wird, sondern auch Ihren Geschäftserfolg beflügeln kann. Wussten Sie, dass Sie mit nur wenigen Stunden freiwilligen Arbeit pro Monat die Produktivität und Loyalität Ihrer Mitarbeiter erheblich steigern können? Die Lösung heißt Corporate Volunteering. Gut für die Gesellschaft und Booster fürs Business. Corporate Volunteering, also das freiwillige Engagement Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für gemeinnützige Zwecke. Es bietet zahlreiche Vorteile. Es stärkt die Unternehmensidentität, verbessert das Betriebsklima und erhöht nachhaltig und nachweislich die Mitarbeiterzufriedenheit. Wissenschaftliche Studien belegen inzwischen, dass freiwilliges Engagement die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen erhöht und sogar Burnout vorbeugen kann. Durch Corporate Volunteering leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft. Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen dabei, soziale, ökologische und kulturelle Projekte voranzubringen, was Ihnen wiederum das Image Ihres Unternehmens positiv beflügelt und beeinflussen kann. Doch nicht nur das. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motivierter, loyaler und auch produktiver. Der US-amerikanische Autor und Motivationsredner Sig Siggler sagte einmal so treffend, Sie werden alles im Leben bekommen, was Sie wollen, wenn Sie genug anderen Menschen helfen, das zu bekommen, was Sie wollen. Wie genau das funktioniert und wie Sie das für Ihr Unternehmen nutzen können, schauen wir uns heute gemeinsam an. Los geht's! Und damit Sie gleich die richtige Inspiration für Ihre Umsetzung bekommen, wie auch ein Gefühl für die mannigfaltigen Vorteile, die daraus erwachsen, gibt es jetzt ein erfolgreich realisiertes Umsetzungsbeispiel. Ein führender Anbieter von cloudbasierten CRM-Lösungen hat ein eindrucksvolles Beispiel für die Vorteile von Corporate Volunteering gesetzt. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern seit Jahren bezahlte Freistellung für freiwillige Arbeit an, das sogenannte Volunteering Time-Off, sogenannte VTO-Programm. Aber wie funktioniert dieses VTO-Programm? Jeder Mitarbeiter erhält ganz konkret 56 Stunden bezahlte Freistellung pro Jahr, um sich in gemeinnützigen Projekten zu engagieren. Die Projekte können individuell gewählt werden, was den persönlichen Interessen und auch Leidenschaften der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt sowohl lokale als auch überregionale Projekte, zum Teil mittlerweile sogar internationale, und ermutigt ihre Mitarbeitenden, die Fähigkeiten für den guten Zweck einzusetzen. Vorteile für die Gesellschaft, denn die liegen auf der Hand. Mitarbeiter des Unternehmens haben Millionen von Stunden in gemeinnützige Projekte investiert, die Bildung, Umwelt, Gesundheitswesen und viele andere Bereiche unterstützen. Diese freiwilligen Tätigkeiten haben einen direkten Einfluss auf die Gemeinschaften weltweit und natürlich auch hier vor Ort. Vorteile fürs Unternehmen gibt es auch mannigfaltig. Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung. Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt und sind stolz auf das Engagement ihres Unternehmens. Die Möglichkeit, bezahlte Freistellung für freiwillige Arbeit zu nutzen, führt zu höherer Zufriedenheit und stärkerer Bindung an das eigene Unternehmen. Auch verbesserte Teamdynamik und eine verbesserte Unternehmensmoral sind die Folge. Gemeinsame freiwillige Projekte fördern den Teamgeist und auch die Zusammenarbeit. Mitarbeiter entwickeln eine stärkere Bindung zu ihren Kollegen und fühlen sich stärker als Teil einer positiven Unternehmenskultur. Und natürlich die Attraktivität als Arbeitgeber steigt. Das Freiwilligenprogramm macht das Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber für Talente, das Wert auf soziale Verantwortung legen und die natürlich auch. In einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt kann Corporate Volunteering also ein entscheidender Vorteil bei der Rekrutierung und auch Bindung von Top-Talenten und Leistungsträgern sein. Na, die positive Unternehmensreputation, die wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Das Unternehmen wird als verantwortungsbewusstes Unternehmen wahrgenommen, das nicht nur auf Gewinn, sondern auch auf soziale Auswirkungen achtet. Die stärkt die Markenwahrnehmung und schafft Vertrauen bei Kunden, Investoren und der insgesamt Öffentlichkeit. Konkretes Beispiel für so ein Projekt, ein Team von Mitarbeitern nutzt ihr Freiwilligenbudget, Stundenbudget, um in einer lokalen Schule einen Coding-Workshop für Schülerinnen und Schüler anzubieten. Sie brachten den Kindern jetzt nicht nur technische Fähigkeiten bei, sondern motivierten sie auch, eine Karriere im Tech-Bereich hinterfragt zu ziehen. Die Schule profitierte von einer modernen, praxisnahen Ausbildung, während die Mitarbeiter von dem Unternehmen die Freude und den Stolz erlebten, einen direkten Unterschied gemacht zu haben. Fazit ist also, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas zu tun, ist wie am Bahnhof stehen und auf ein Schiff zu warten. Corporate Volunteering-Programme, wie das eben aufgezeigte, zeigen eindrucksvoll, wie freiwilliges Engagement sowohl der Gesellschaft als auch dem Unternehmen immense Vorteile bringen. Es steigert die Mitarbeiterzufriedenheit, fördert den Teamgeist und macht das Unternehmen attraktiver für Talente und verbessert auch das öffentliche Ansehen. Es ist wirklich eine wahre Win-Win-Situation, die langfristig Erfolg und positive Veränderungen mit sich bringt. Und wenn Sie jetzt mehr darüber erfahren wollen, wie es gelingt, genau das in Ihrem Unternehmen zu etablieren, inklusive anschaulicher Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit auch Ihr Unternehmen von den vielen Vorteilen profitiert, Na dann lohnt doch ein Blick ganz besonders in mein aktuelles White Paper zu finden unter webkiosk.umsetzungsprofis.de Und gerne beantworte ich Ihnen auch Ihre individuellen Fragen. Einfach mir eine Nachricht schreiben oder direkt einen kostenlosen Wunschtermin buchen für unser Kennenlerngespräch auf umsetzungsprofis.de Bis zum nächsten Mal!